Es ist auch eigentlich wirklich toll, so ein Jungle-Drum. Gibt es ja auch ein Easter Egg. Ah, eins gefunden. Geil. Ein schönes Easter Egg. Das macht auch beispielsweise eine Karte aus. Über sowas freut man sich trotz allem. Auch wenn es sowas ist, kann man sich trotz allem freuen. Eisen, Eisen und Leitersprünge. Ich habe mich schon gefragt, wo die bleiben. Da haben wir sie gefunden. Und hallo, Freunde. Und hier sind wir zu Minecraft Jump World. Und zwar hier bei einem, ja, ähm, Sky Adventure von Sir Lubro. Und zwar, hier steht jetzt, willkommen zu meinem ersten Jump and Run. Baut seit ca. 2 Stunden. Okay, gut, schaue ich mal, ob man die Sprünge auch schafft. Das ist wiederum hier so ein kleines Problem. Okay, habe ich doch noch geschafft. Perfekt. So, das ist wiederum nicht. Und irgendwie, das war man hier die ganze Zeit im Boden. Das verstehe ich nicht. Ja, ich bin jetzt hier im Boden. Was super ist. So. Hier durch. Och man, schon wieder zu spät abgesprungen. Das muss man doch irgendwie schaffen. Ich habe immer wieder Angst, dass ich runterfalle. Weil ich der übelste Noob bin. Und doppelt Leertaste gedrückt habe. Und, ja. Das ist nicht wirklich schön. Aber, ich habe es doch noch geschafft. Und das ist endlich so ein Jump and Run, was auch zum Teil gut funktioniert. Aber irgendwie sind Leitersprünge richtig in. Denn ich habe versucht, schon zwei andere Jump and Runs aufzunehmen. Dort war ich richtig am verzweifeln. Weil die Leitersprünge mich immer wieder hingehalten haben. So. Jetzt muss man hier, glaube ich, rüber. Ja. So. Aha. Okay. Muss man auch etwas timen. So. Perfekt. Ah, ich habe jetzt eine Enderperle. Ich muss hier, glaube ich, draufschmeißen. Ja. Geschafft. Jetzt habe ich jetzt Sprungkraft zwei. Okay, jetzt muss ich hier hoch. Super. Ah, hier. Minigame. Cave Game. Frage eins. Wie heißt Minecraft, wie hieß Minecraft früher? Okay. Minecraft hieß früher Cave Game. War das richtig? Okay. Frage zwei. Vor welchen Tieren hat ein Creeper Angst? Also, von welchem Tier? Eine Katze, glaube ich. Yo, wir sind weiter. Perfekt. Ich weiß nicht, ob wir hier auch noch mal rein können. Schau ich mal. Hm. Vielen Dank für meine karte Spielen. Hat sie euch gefallen? Please raid. Also. Hier gibt es auch schon mal so ein Ende. So ein kleines Ende, wenn man etwas nach vorne geht. Obwohl, ich glaube, das war auch schon das Ende, oder? Ah ja, hier hinten waren wir ja. Bei den Fragen. Also, dann war das auch schon die Karte. Es war eine kleinere Karte. Aber, ich würde sagen, die Kreativität ist sehr gut. Die Sprünge. Die waren auch eigentlich sehr gut. Also schaffbar. Und die Optik, die war gut. Da hätte mir noch etwas, hier zum Beispiel ein paar kleinere Inseln gefehlt. Aber sonst war sie eigentlich relativ cool. Und, ja. Dann sind wir uns jetzt noch zu einer zweiten Karte. Und dann sage ich dann jetzt schon mal dann bis zur nächsten Karte. Und bis später. Ja, und wir kommen jetzt zurück zum zweiten Jump'n'Run. Und das ist das Jump'n'Run des Tages. Und zwar, es heißt Acht Welten. Und ist von Leuchtlingen. Und, ja. Dann schaue ich mal, wie ich mich hier mache. Willkommen zu meinem neuen Jump'n'Run. Namens Acht Welten. Also, naja. Es gibt einfach Acht Welten. Lass dich einfach überraschen. Tipp. Es gibt Acht Easter Eggs. Okay. Erste Welt Pilzbiom, glaube ich. Oder was ist das? Ja. Pilzland. Achso. So. Dann muss ich hier hin. Ah, da bin ich jetzt hier gegen den Pilz geknallt. Also, hier weiß man ungefähr, wo es hingeht. Was auch relativ gut ist. Weil die Sprünge sind wiederum mit sehr viel Abstand irgendwie gemacht. Und, ja. Es ist auch etwas kompliziert, hier was Gutes für mich zu finden. Auch als Jump'n'Run Noob. Denn nämlich, ich bin nicht besonderlich gut, wie ihr wisst. Und, ja. Da wollte ich euch auch nämlich fragen, wäre cool, wenn es sowas funktionieren würde. Weil ich möchte euch auch hier langsam in den Kanal mit einbeziehen. Also euch als Community. Und, wollte fragen, ob ihr mir vielleicht einen Jump'n'Run machen könntet. Und zwar, zum Beispiel, ich finde den Weg nach oben. Ja, eins, wo jetzt auch, wie beispielsweise hier auch Kreativität drin ist. Beispielsweise eine Insel oder diese Jump'n'Run von, ja. Von, wie soll ich sagen. Die Jump'n'Run von der, ja. Hier beispielsweise sowas ungefähr oder so Skyblock-artiges. Wo auch sehr viel Kreativität drin steckt. Ähm, und sowas würde ich gerne bei euch, also eingeschickt haben. Also von euch. Und, sowas wäre eigentlich relativ schön, mal auch zu zocken. Weil so könnt ihr auch sagen, hier, dem habe ich das Jump'n'Run gebaut. Und, ich bin hier gerade richtig am Failen. Und schaffe hier nicht mal den ersten Sprung. So, 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 so. Hier hoch. Hier, hier, hier. Hier. Jetzt glaube ich, muss ich hier bis an die Ecke. Jetzt muss ich mich mal etwas konzentrieren. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier mache. Und, ja, wovon ich weniger haben möchte, ist solche Ecksprünge. Oder solche Leitersprünge. So, hier. Nein. Jetzt bin ich einfach drüber gesprungen. Und hier wäre der Checkpoint. Och, nee. Jetzt bin ich einfach über den Checkpoint zum Teil gesprungen. Sowas kann doch gar nicht wahr sein. Und schon wieder gegen die Wand geknallt. Was geil ist. So, so. Und ich lasse hier mal den übelsten Profi raushängen jetzt. Und warum kann das jetzt nicht so sein wie bei 1.9 PvP? Irgendwie so richtig ganz einfaches Spielen. Einfach nur immer wieder abwarten. Etwas blocken. Dann wäre jeder Jump'n'Run-Profi. Ja, jetzt habe ich ja endlich mal das hier. Den Checkpoint. Moment. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier rüberkomme. Oder kommen wir hier noch weiter hoch? Hm. Also wie soll man denn hier hinkommen? Achso. Hier geht es ja noch weiter. Okay. Ich wusste, dass es hier noch weiter geht. So, dann bin ich jetzt mal hier oben. Und ich glaube, von hier muss ich abspringen. Jetzt knall ich gegen den Pilz. Geil. Okay. Nochmal hier rüber. Dann hier, hier. Hier, hier. So, super. Hä? Aber wie soll ich das von hier oben schaffen? Oder kann ich nochmal komplett auf den Pilz gehen? Weil nämlich, das ist jetzt wieder hier auch uneinsichtig, leider. Weil ich glaube komplett, doch, man kann komplett auf den Pilz gehen. Da muss man sich hier etwas mehr umschauen. Da habe ich jetzt auch endlich mal. So, jetzt ist das auch machbar. Ah, ich spring da drüber. So. Ah, etwas mehr Schwung muss ich mitnehmen. Jetzt muss ich, ja, jetzt muss ich hier keine einstellen. Mache ich mal einfach, weil ich glaube, das ist für Mitspieler. Und ich habe hier auch ein paar drauf. Und ich möchte jetzt hier auch eine freie Sicht haben. Ja, perfekt. Zweite Welt. Wald. So. Ja, das sieht wirklich schön aus. Ich habe beispielsweise mit dem Wald. Weil sowas finde ich zum Beispiel cool. Weil hier ist auch die Optik. Die spielt auch mit. Mit der. Ja, wie soll ich sagen. Mit dem Jump and Run. Und sowas finde ich auch wirklich, wirklich schön. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich hier rüberkommen könnte. Auf den schönen Checkpoint. So. Und jetzt verzettel ich mich hier komplett. Weil ich einfach ohne Plan hier rumspringe. Und immer wieder abrutsche. Nein, schon wieder. Ich wusste es. Jetzt muss ich hier gucken, wie ich hier hochkomme. Weil das ist wiederum so ein Problem. Warum kann das jetzt nicht so geregelt sein, wie auch bei den... ...Jump and Run mit Hashtag Rudi? Das war wirklich gut. Das war wirklich gut. Weil das hier nämlich so ein richtig knapper Sprung ist. Und ich drücke immer im falschen Moment. Oder kann man das hier noch aufmachen? Sprung. Schon wieder nicht. So. Nochmal. No. So. Jetzt hat es geklappt. Nochmal an den Rand. Nochmal an den Rand. Und jetzt habe ich es endlich. Von Baum zu Baum. Okay. Jetzt hier rüber. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier draufkomme. So. Okay. Das müsste auch noch so klappen. Okay. Perfekt. Aber jetzt muss ich glaube ich von hier aus hier rüber. Auf die Insel. Und hier sind auch genügend Checkpoints. Das ist beispielsweise auch ein Pluspunkt. Hm. Warum springe ich jetzt nicht? So. Jetzt funktioniert wieder die Leertaste. Ich weiß jetzt nicht, was auch da los ist. Weil ab und zu funktionieren hier ein paar Tasten. Ich habe das Gefühl. Aber kann auch nur mein Empfinden sein, weil ich jetzt nicht wirklich gut bin. Okay. Ich glaube, das ist die dritte Welt. Ich weiß es nicht, ob es die dritte ist. Aber es sieht so danach aus. So. Rein hier. Jetzt nochmal hier rüber. Und es ist ein relativ langes Jump'n'Run. Auch ohne meine Fails, glaube ich, würde es relativ lange dauern. Lässt sich auch immer was Neues anfallen. Einfallen. Einfallen. Was ich auch gut finde. Jetzt muss ich hier irgendwie rüber kommen. Ich glaube, dann muss ich hier durch die Lava. So. Ich weiß nicht, ob ich brennen kann. Ja, kann ich. Nein. Och, Mann. Ich dachte, ich schaffe es noch auf dem Checkpoint. So. Ist einfach voll daneben. Geschafft. Jetzt verbrenne ich auch wenigstens dort. So. Jetzt glaube ich hier runter. Hier. Jetzt bin ich hier durch. Perfekt. So. Das war, glaube ich, die vierte Welt. Jetzt, glaube ich, gehen wir in die sechste. Nein. Fünf. Nein. Ja. Sechste Welt. So wie es aussieht. Ich glaube, das ist so eine Kaktuswüste. Das erinnert mich irgendwie etwas an. Ja. Jump League. Obwohl ich das kaum gezockt habe. Aber. Es ist auch eigentlich wirklich toll. So ein Jumped Run. Gibt es ja auch ein Easter Egg. Ah. Eins gefunden. Geil. Ein schönes Easter Egg. Das macht auch beispielsweise eine Karte aus. Über sowas freut man sich trotz allem. Auch wenn es sowas ist. Kann man sich trotz allem freuen. So. So. Jetzt nochmal hier hoch. Hm. Jetzt muss ich hier durch. So. 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 Hier. Jo. Ich bin gleich oben. Glaube ich hier. Ja. Bin schon. So. Jetzt nochmal weiter. Und das sind auch wieder so entspannte Sprünge. Nur am Anfang war es etwas kompliziert. Hätte ich mir am Anfang klein wenig leichtere Sprünge gewünscht. Und hier beispielsweise muss man auch gucken, wo man hinspringt. Bei solchen Sprüngen. Oh nein. Wenn man hier einmal sich so verzettelt oder falsch springt, dann hat man ein kleines Problem. So. Jetzt muss ich hier nochmal drauf. Und hier muss ich glaube ich auch wieder so einen Doppelsprung machen. Was dann auch nicht so gut klappt. Hm. Hier. Ja. Perfekt. Oder auch nur ganz knapp daran. Und das ist auch wieder hier so ein End. Auch mal wirklich cool. So. So. Ich wünschte man könnte hier irgendwie den Chat ausmachen. Und jetzt nicht nur klein ausstellen. Weil hier. Der irritiert auch klein wenig. Hm. 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 So. Nochmal von neu. So. 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 Und hier hoch. Perfekt. Jetzt bin ich hier auch schon. Ne. Ich glaube ich muss hier runter. Yo. Jetzt nochmal. Und komm. Ja. Perfekt. Okay. Hm. Hm. Und die letzte Welt. Ist nie. Ist ne. Normale. Jump Welt. Viel Spaß. Und danke jetzt. Schon fürs spielen. Ja. Also ich bedanke mich auch. Easter Egg. Geil. So ein Diablock. Hier einfach in der Luft. Dann haben wir hier schon zwei gefunden. Zwei Easter Eggs. Und ich rutsche ab. Ich muss den Diablock doch nehmen. Sonst werde ich viel zu übermütig. Oder. Viel zu noobhaft. Ich bleibe einfach mal immer wieder stehen. Rojump. So. Jetzt habe ich hier noch Eisen. 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 Und Leitersprünge. Ich habe mich schon gefragt wo die bleiben. Da haben wir sie gefunden. Da haben wir sie einfach mal gefunden. Ja. Ich bin wenigstens hier schon mal. Boah. Ich dachte schon. So. 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 Und. Vielen Dank fürs spielen. Bewerten nicht vergessen. Auf jeden Fall. Die Kreativität war sehr gut. Die Sprünge. Die waren auch eigentlich sehr gut. Und die Optik auch. Vielen Dank fürs spielen. Bewerten nicht vergessen. Falls ihr mit. Mir bauen wollt. Macht. Slash. MSG. Leuchtling. Und sendet. Mir eine Bauidee. Wenn sie gut ist. Baue ich es. Dir. Ja. Mal. 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 Mit iiiiiiiiiiii